Es geht weiter mit dem Massaker von Luigi Ich hasse immer noch dieses Spiel, ich habe drei Leben und ich bin ein Klempner Ich bin ein Klempner und ich habe keine Hobbys Ich hasse dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel Ich kriege jetzt Herz und wenn das Herz jetzt wegfliegt, dann seid ihr Du Ich weine gleich Leute, ich weine gleich Headshot Ey du Fick dich du scheiß Halbittag, komm her Ey Beruhig dich, beruhig dich, ich schwörf alles, ich ticke gleich hier aus Man Seit langer Zeit wieder spiele ich das und dann ticke ich sofort hier aus Weil ich einmal aus Ich hasse dieses Spiel Ich bin, ich mache meinen PC gleich kaputt, ich sag's euch Aber so welche Aggressionen wegen dieses Spiel Fick dich du scheiß ekelige Spiel Fick dich Fick dich und du scheiß Vogel, komm her Komm her, du scheiß Vogel, komm her Ja, verpiss dich Das passt die Du dicker Scheißgei, dich hast ja am meisten, bist du fett und alles Hey Hey Hey, andro Huhhuhhuhhuhhuhhuhu Auf Hey Hey Ah, geschafft geschafft dich du in der spaß die wirklich wütend 12 hat was los ist ein richtig gefilter ok erstmal beruhigen dann geht's los ich muss mich beruhigen dann geht's dann geht das dann geht alles erstmal beruhigen jetzt kommt meine rache an die vögel kommervogel das tat jetzt mal gut das war das beste und jetzt mal reingehen hier scheiß klempner ok 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 ah die kommen nicht mal raus hier die elenden spaß dies ok das ist irgendwie logisch ich habe das spiel nicht gemacht sondern die entwickler von irgendein japaner teil getötet geschaut was will dieses riesenteil hier ok du wolltest es also ok ok mr mackie ich kratze hier gleich ab aber richtig die todesängste hier ich habe keinen bock noch mal zu sterben mein herz hatte irgendwo war ja eine bombe das weiß ich doch nicht hier war irgendwas das will dieses teil da oben was ok das war mal knapp ich habe mich jetzt hier verfolgst du ok mein ganz gut schon wie ganz schnell ein schnelles spiel ohne konsequenzen stirbt du ihnen das spaß die das war ja knapp oh 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 stirb ein leben dazu nein ist klar ich glaube das war jetzt ein fehler das war jetzt ein epischer fehler scheiße geschafft geschafft okay vier minuten habe ich noch ein bisschen spaß hier wenn man das als spaß bezeichnen kann ich muss jetzt aufpassen bestimmt kommen irgendwelche scheiß bomben ich muss gleich zelda spielen glaube ich oder kind im harz das beruhigt mich dann richtig wenn ich diese herzlosen oder diese komischen oktopus oktopussis töte man man halt du ok kann ich das als schuldschutz benutzen muss ich wohl mal ausprobieren hier ich hoffe mal doch hoffe ich jetzt mal Hä, wo ist das Herz? Warte Ey, wo ist das verdammte Herz jetzt? Ihr wollt mich doch hier gerade verarschen, oder was? Okay, das Flammenteil ist da unten Nein, ist da oben Ey Leute Ich sag's euch Spielt niemals dieses Spiel Spielt niemals dieses Spiel Außer ihr habt sehr viel Geduld Und rastet nicht so vorstaus wie ich Okay, diesen elenden Spastik habe ich jetzt auch getötet Dankeschön Mann, das ist so ein epischer Scheiß Video, wo ich so viel sterbe Du Fick dich Du Scheiße, komm ja Hol da Freunde raus Was, kommt keiner, oder was? Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Schafft Das auch Super, Luigi Einfach super und klasse Und bitte keinen Scheißfehler Du elender Spast Mann, 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 nur eine Minute Ey, nur ein Leben Was los, nur ein Leben Mann Okay Das muss ich irgendwie sinnvoll benutzen Nein, benutzen meine ich Ah, nicht benutzen Ich und meine Sprachfehler Die sind auch noch die besten Der kann ich wieder da hoch Da runter Dankeschön Ich will dich auch D Ey Fick dich, du elender Spast Die Heißt du dich da durch, oder was? Die können das, aber ich nicht, oder was? Mann Fick dich Ja, Leute, ich muss die Aufnahmen hier beenden Und wir sehen uns im nächsten Part Tschüss Ja, Leute, ich muss die Aufnahmen hier beenden